Die Beteiligung der Zuschauer war immer ein wichtiges Element von Software-Architecture im Stream. Beim nächsten Mal werden wir einen Stammtisch machen, bei dem ihr die Themen aussucht, die wir dann gemeinsam diskutieren. Dieses Mal wird Software-Architecture im Stream nicht aufgezeichnet. Wen das interessiert, der muss dann live dabei sein. Ich freue mich drauf und freue mich auf zahlreiche Beteiligung. Bis dahin!